Und einen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zum Let's Players Monats Nummer 2 und diesmal nicht für den Mai, hat sich gereimt, nämlich für den Juni. Und unser Let's Players Monats diesen Monat ist Crafting Pad. Ja, warum Crafting Pad? Das erkläre ich euch in diesem Video. Also, bis gleich. Ja, ich finde einfach Crafting Pad macht einen guten Job. Ich habe ihn jetzt schon länger im Auge. Ich wollte ihn eigentlich sogar fast als ersten Let's Players Monats nehmen. Dann habe ich so noch ein bisschen gewartet, was so passiert und er hat mich einfach weiterhin gut überzeugt mit seinen Videos. Er macht einfach gute Videos und ja, ich habe das früher, das erste Video, was ich von ihm gesehen habe, war ein Video, das ging über Netzwerke. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich das finde. Da hat er irgendwas, hat er ein bisschen was über Netzwerke erzählt und was für Netzwerke reingegangen ist und hatte seinen Abonnenten ganz gut erklärt. Fand ich auch echt super cool. Er hat auch viel Minecraft PvP gemacht, was mich sehr interessiert hat. Also habe ich mir gerne mal reingeguckt. Genau, hier das Video. Ich bin Partner, danke euch allen. Und dann erklärt er halt auch, ich glaube in diesem Video hat er erklärt, ja, wie es genau ist jetzt und wie ihr die Chance habt und so weiter Partner zu werden und so weiter und so fort. Und er macht regelmäßig sehr gute Videos. Es kommt nicht jeden Tag ein Video, aber dafür kann man sich auf seine Videos wirklich sehr, sehr gut freuen. Das Video, was mich jetzt wirklich nochmal richtig geflasht hat, war einfach ein Video. Also das 100k Abo Geschenk für mich und Spark. Und ja, also dafür möchte ich mich auf jeden Fall nochmal tausendmal bedanken. Richtig geil, Pat. Das zeige ich euch am Ende vom Video. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, du machst einfach geile Sachen und dafür bist du einfach noch viel, viel, viel zu unbekannt auf YouTube. Nicht, dass du unbekannt bist, weil ich finde 1700 Abonnenten sind schon ziemlich viel, aber du hast einfach extrem viel mehr verdient. Mach weiter, so du machst einen super geilen Job. Und wenn ihr das Video hier gerade seht, befinde ich mich wahrscheinlich gerade noch im 24 Stunden Livestream. Denn, also wenn ihr das Video heute am 1.6. seht, denn der 24 Stunden Livestream geht noch bis heute Abend. Und ja, falls ihr jetzt nichts zu tun habt, könnt ihr auch gerne vorbeischauen in den 24 Stunden Livestream. Würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, ja Pat, melde dich doch bei mir. Ich würde gerne mal was mit dir zusammen aufnehmen, wenn du Lust hast. Und ja, und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns im Livestream oder beim nächsten Video. Bis demnächst. Ciao Leute. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017